Musik In Platschow finden Sie das größte Elefantengehege Deutschlands. Die Zirkusfamilie Kröppelin beherbergt ganze Sechstik heute in dem kleinen Örtchen. Dazu noch Seelöwen, Kamele, Pferde und Enten. Den Besuchern werden verschiedene Attraktionen geboten. Das gilt besonders für den 14. und 15. September. Denn dann ruft der Elefantenhof Platschow wieder zum Elefantenfest zur Kürbiszeit. Erlebnisse für die ganze Familie mit vielen Überraschungen stehen auf dem Plan. Los geht es jeweils um 11 Uhr. Comedy in Mecklenburg-Vorpommern hat einen Namen. Längst Comedy Club in Rostock. Am 16. September kommen Liebhaber gepflegten Humors wieder auf ihre Kosten. Ab 19.30 Uhr stehen dann Tim Becker, Gesa Breckmann und Felix Oliver Schwepp auf der Bühne. Mehr Infos über den Längst Comedy Club gibt es unter www.comedy-mv.de Zauberhaftes Kleinparis. Unter diesem Motto wird in Güstrow die 10. Güstrower Einkaufsnacht begangen. Am 14. September zwischen 19 Uhr und Mitternacht bleiben Geschäfte geöffnet. Musik und Kleinkunst begleitet das Event. Auch für kulinarische Genüsse wird gesorgt sein. Am Freitag, dem 13. September erleben die Besucher des Schweriner Speichers The Ultimate Led Zeppelin Experience. Physical Graffiti aus England und den Niederlanden sind die Led Zeppelin Cover Band. Ob Whole Lotta Love, Stairway to Heaven oder Immigrant Song. Der Tribute to Led Zepp beginnt um 21 Uhr. Im Wismarer Pantechnikum endet das Sommerprogramm und damit ändern sich im Technikmuseum auch die Öffnungszeiten. Ab sofort können die Ausstellungen an der Lübschen Bucht von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden. Ein wiederkehrender Höhepunkt. Donnerstags um 15 Uhr werden Vorführungen zum Thema Feuer und Flamme gezeigt. Musik Musik